Ja, hi, ich wollte dich mal anrufen, weißt du, ich war richtig cool shoppen. Ich habe so eine richtig coole Hose, die ist voll cool, die ist richtig dunkel und die ist überhaupt nicht so auffällig, ne? Und dann habe ich noch einen richtig coolen Polier gekauft. Oh, geil! Der ist so grau, ne? Und so ein Smiley drauf, der ist richtig cool. Ja, und das war übelst billig, das ist schrottbillig. Ja, so billig? Ja, du, es ist jetzt schon ein bisschen spät, ich glaube, ich gehe jetzt auch ins Bett und wir sehen uns ja dann morgen, dann kann ich dir das ja zeigen. Nachti, tschüss! Stell dir vor, deine Kleidung könnte sprechen. Sie erzählt von ihrer Herkunft und den Menschen, die unter schrecklichen Bedingungen für dich arbeiten. Achte darauf, woher deine Kleidung kommt. Unterstütze den fairen Handel und hilf den Menschen, die unsere Kleidung herstellen. Cool, aber tödlich. Du kaufst mehr, als du denkst.